Ich durfte ja beim Ich bin Schlager Tour Live Konzert zum ersten Mal so richtig mit einer Band auftreten. Dementsprechend war das natürlich eine sehr, sehr große Sache für mich und ich habe diesen Moment lange entgegengefiebert. Und ich erinnere mich noch beim Soundcheck, wie ich für einen Moment lang wirklich regungslos dastand, als die Band dann anfing, die Songs anzuspielen. Also 1 2 3 war der erste Song und ich musste mich kurz auf den Stuhl setzen dann auch. Einfach weil ich in dem Moment wirklich überwältigt war davon, wie die Songs oder wie die eigenen Songs dann nochmal in diesem Band gewandt und einfach live arrangiert, wie voll die dann einfach nochmal klingen. Und ja, ich bin kurz in mich gegangen und wurde sehr, sehr demütig und dankbar natürlich auch, dass ich das erleben darf. Und ich muss sagen, es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht, mit so einer grandiosen Band auf der Bühne zu stehen und zu performen. Und ich wünsche mir natürlich, dass das in Zukunft noch viel, viel häufiger möglich sein wird. Und ja, danke nochmal an Ich-wünsch-Lager-Toll.